Roger Reiter, Trainer der SG Baden-Kühlbosch-Gindorf. 2 zu 2 in letzter Minute noch den Ausgleich gefangen. Wie bitter ist das? Klar ist es bitter, aber wir müssen zufrieden sein mit dem Unentschieden, der zwar unverdient ist und am Spielverlauf erhält. Wir müssen auf dem 1 zu 0 das 2 zu 0 machen. Wir kriegen eine unglückliche Situation, wo wir dann einen Elfer kriegen. Ausgleich, kommen noch mal rein, führen 2 zu 1, machen klar die bessere Mannschaft. Und kriegen dann eben kurz vor Schluss wieder durch Unachtsamkeit in der Abwehr den Ausgleich. Vor dem Spiel hätten wir gesagt, ein Punkt ist gut. Nach dem Spiel müssen wir sagen, wir haben zwei Punkte verloren. Was stimmt dich optimistisch, dass es noch reicht mit dem Klassenerhalt? Wer heute das Spiel gesehen hat, wird nicht festgestellt haben, dass Schweich oben ist und wir unten. Wir haben auch gegen Ralingen die bessere Mannschaft. Was halt eben bei uns fehlt im Moment ist noch die Tore machen. Ich glaube, da werden wir auch noch in den Griff kriegen. Und da bin ich sehr guter Dinge, dass wir nachher in dem Gesichtsrat Mittelfeld landen werden. Okay, vielen Dank und alles Gute. Nächste Dank. Okay, tschau. Danke. Wo ist denn der Jochen jetzt? Ist der schon weg? Genau. Bis dann. Jich. Musik später war es reached der S 11. Passtenпрay, bis dann. Ba corps man schon mal wirklich, so. dass sich das langsam rauskriegen, deliberenturch nach auCom. Aber im Kindern exaggerTexte sewing. Das sind so nicht immer mehr,